Die Top 4 Produkte, Abus Fallschloss Bordeaux und mehr Ich bin sehr zufrieden mit dem Abus Fallschloss Bordeaux Granitex Plus 6500 SH. Das Fahrradschloss ist aus gehärtetem Stahl und hat einen Sicherheitslevel von 15, was für mich als Radfahrer sehr beruhigend ist. Es ist sehr robust und hält mein Fahrrad sicher an Ort und Stelle, wenn ich es abgeschlossen habe. Die Halterung ist sehr praktisch und erleichtert mir das Mitführen des Schlosses enorm. Das Fallschloss ist 110 cm lang und passt perfekt zu meinem Fahrrad. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall weiter. Ich habe das Abus Fallschloss Bordeaux Combo 6190 mit Schlosstasche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Schloss besteht aus gehärtetem Stahl und ist mit einem Zahlencode gesichert. Es hat einen hohen Abus Sicherheitslevel von 9 und ist mit einer Länge von 90 cm perfekt für mein Fahrrad. Auch die Schlosstasche ist sehr praktisch, da sie das Schloss gut aufbewahren und transportieren lässt. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich jedem Fahrradfahrer empfehlen würde. Ich habe das Abus Fallschloss Bordeaux 6000K mit SH-Schlosshalter für mein Fahrrad gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Das Schloss ist sehr stabil und der X-Plus Zylinder sorgt für einen sehr hohen Manipulationsschutz. Das Abus Sicherheitslevel 10 gibt mir auch das Gefühl, dass mein Fahrrad sehr sicher geschützt ist. Der Schlosshalter ist sehr praktisch und einfach zu installieren. Ich kann das Abus Fallschloss Bordeaux 6000K jedem Fahrradfahrer empfehlen, der nach einem zuverlässigen und sicheren Schloss sucht. Ich habe das Abus Bordeaux 5900 Fahrradschloss gekauft und bin absolut begeistert von seiner Qualität und Funktionalität. Es lässt sich sehr einfach anbringen, ist stabil und sicher. Das Kabelschloss ist flexibel und lässt sich praktischerweise auf eine kompakte Größe zusammenfalten, wenn es nicht in Gebrauch ist. Es ist wirklich die perfekte Wahl für jeden, der sein Fahrrad schützen möchte, ohne dabei auf Stil und Komfort zu verzichten. Ich kann dieses Schloss jedem Radfahrer uneingeschränkt empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.